Yo Leute, hier ist Esse von Cryo zurück mit einer neuen Session Dead Space 3 und natürlich ist der, äh, Wan war auch wieder dabei. Ey Wala! Und der Richter ist dabei, alter! Jawoll! Wir noch! Und wir gehen mal weiter, du. Wir sagen für euch heute Dead Space 3, alter! Alter, alter! Let's play, alter! Wenn wir zocken, was euch gefällt, wir werden nicht spielen. Hast du das Video eben nochmal extra angeguckt? Ich kenne das Video auswendig einfach. Ach du Scheiße, wenn es schon so weit kommen muss. Ich bin ein richtiger Drachi. Ein richtiger, du donatest dem auch bestimmt mal. Ich donate den immer Barren. Immer wenn der so richtig, wenn der gerade gutes, ähm, gutes, äh, guten Content liefert auf Juno. Irgendwie, wenn er zum Beispiel da sitzt und nichts macht, dann donate ich immer gerne. Ähm. Ähm. Ich glaube, der wollte nicht, dass du ihm donatest. Ja, ich glaube auch. Wir müssen da hinten lang, aber ich will gucken, was hier ist. Bestimmt irgendwelche guten Sachen. Wir haben übrigens nur 26 Grad, ne? Also ich, du, nicht. 25 bei mir ist schon gelb. Oh ja, bei mir auch. Aber ich will mich trotzdem vorhauen gucken, auch wenn ich schnappe. Oh, hier rein, hier rein, schnell, schnell, schnell. Nein, ich will, ich wäre erstmal looten. Du stirbst. Nein, du stirbst. Nein, du stirbst. Oh, was ist das denn? Kompressor. Schnell, schnell, schnell an, schnell an. Kompressor habe ich an meinem Mikrofon. Einen Kompressor haben wir gefunden, sehr schön. Ich weiß nicht, was der Mauer gebraucht hat. Hä, warum sind... Ah, jetzt habe ich wieder 37. Eine Sache hast du hier gelootet, oder was? Also ich habe auf jeden Fall mehr nicht gefunden. Ja, ja. Ja, ja. Nur den Kompressor. Ne, ich meine draußen. Achso. Ja, da weiß ich nicht. Seh dich nicht. Mensch. Was haben wir denn hier? Oh, shit. Ähm. Ich glaube, die Waffe hebe ich mir mal lieber auf. Der ist einfach geplatzt. Ah! Ich helfe dir schon, ich helfe dir schon. Keine Sorge. Warum sind diese scheiße Fischer denn so gegen alles resistent? Was war das mit du hilfst mir? Ja, habe ich doch. Ich helfe dir. Nein, ich helfe dir, die Erfahrung zu sammeln. Alles klar. Hier ist gar nichts. Hier geht es nicht auf. Die Karte fehlt. Du, ich bin bei 25, ne? Ja, hier ist ein Raum. Oh, shit. Nein! Mach. Uff. Ein da. Ein da. An, 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 an. Oh. Oh. Rüst ihn aus, um Ressourcenverschlecke zu finden. Was? Haben wir noch einen gefunden? Geil. Lol. Lol. Crazy. Geil. Das ist mir hier durch. Okay, das ist jetzt gut. Komm ich noch schneller an meine OP-Waffe. Ähm. Ich höre doch schon irgendwas. Aua. Shit. Ich muss nachladen. Aua. Andere Waffe. Achtung. Was war nochmal mit Stase? Mit C. Immer links-rechts gucken, ne? Ob da irgendwas ist. Du weißt ja, ne? Hier zum Beispiel ist eine Kiste, die du nicht gesehen hast. Ich kann auch nicht alles sehen. Doch. Du bist kein Brillenträger im Gegensatz zu mir. Das weißt du doch gar nicht. Das weiß ich. Ich kenne doch deine Augen. Ja, genau. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Du Kack-Hater. Ah. Oh, pass auf. Hinter dir. Noch einer. Achtung. Noch einer. Alla. Äh, Temperatur. Abfall. Gestriert. Ihr vielleicht. Hier geht's rein. Also, wir verlieren hier schon mal keine Temperatur. Oh. Oh. Nur dir geht's aber nicht so gut. Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kampen. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Das ist ein Held. Lübsch. Könnten. Der Aufzug ist viel lieber. Und schon da unten kamen so Kratzgeräusche. Also. Haben wir. Haben wir. Nicht nachgesehen. Pussy. Hey. Der hat sich geopfert für die, ja? Ja und? Kann ist der Bergungsmodule. Oh Kapitel 9. Oh ne Bank. Ja. Aber erstmal ein bisschen für Strom gesorgt, ne? Warum haben die nicht für Strom gesorgt, damit dem wieder warm wird? Tja. Der hat bestimmt nämlich, deswegen, ich war schon kritisch, der hat bestimmt irgendeine Scheiße gemacht. Kein Vertrauen. So. Platine bitte einmal. Plus zwei Schaden. Und wir haben neue Sachen gefunden. Ja. Dann ist der Bergungsmodul. Ach guck mal, produziert genau. Hier produziert dein Sturmgewehr. Jetzt habe ich nämlich wieder eins. Wenn ich mich nicht täusche. Kompressor. Ja genau, das ist ein Sturmgewehr. Aber wo ist dieses Bergungsmodul jetzt? Gucken wir mal im anderen drin. Flakern, Militären Trieb. Keine Ahnung. Wie heißt das andere Ding? Dann ist der Bergungsmodul. Habe ich auch nicht. Fernrohr. Ja, das habe ich auch. Also könnte ich herstellen, aber würde ich ja nicht. Ja, ich gebe meinen Wolfraum für andere Dinge aus. Ich habe alle Upgrade-Latin jetzt freigeschaltet. Keine Ahnung. Habe es nicht gefunden, wo man das hin tun kann. So, jetzt müssen wir... Also ein Sturmgewehr finde ich jetzt wieder gut. Das ist jetzt ein Zapp. Zapp. So, jetzt ist der andere wieder zurückkommen. Hä? Hilfe, ich habe hier Zahnräder. Hä? Was machst du? Oh, Zahnrad-Rätsel. Ich habe auch eins. Hä? Aber wohin damit? Das ist die große Frage beim Zahnrad-Rätsel. Was passiert? Alles fällt auseinander. Nimm nicht die Explosionswaffe. Doch. Alles gut. Was ist mit dir, Bob? Ah, hier, hier. Kann man auf den schießen? Nee. Schade. Hier kommen die hin. Ah. Ja, Zahnrad-Rätsel halt. Ist schwer. Drei Stück auch noch. Verdammt der Axt. Ich glaube, der Rainer hätte das nicht so schnell gelöst. Er hat doch, Dings, letztens im Video erzählt, was er so toll am Blind Let's Plays findet. Ja, mit dem Frühstücks-Let's Play-Video war das doch, ne? Ja. Ja, ich habe es nicht hinbekommen. An dem Blind Let's Play ist es toll, dass man keine Ahnung hat und sich überall verrennt. Ja, ich habe bestimmt echt Bock, 30 Minuten lang zu sehen, wie du dein scheiß Zahnrad-Rätsel nicht hinbekommst. Hä, ich kriege das nicht hin. Was muss ich tun? Dann wird... Och, du hast das Zahnrad-Rätsel gerade wirklich... Nee, kannst du... Nee, hast du nicht. Es muss nur ein Zahnrad rein. Ich habe es sofort gelöst. Oh. Oh, dein Gesicht. Oh mein Gott. Bist du wie hässlich. Oh, du bist ganz schön vernarbt geworden, irgendwie. Ja, ich... Ne? Anale-Lecken bei jedem Rainer. Das ist die Krüste, die da übrig geblieben ist, die dann noch festklebt. Äh, nein, hör auf. Ich stelle mir zu viele Sachen bildlich vor und das möchte ich nicht. Ja, komm mal hier, der Gearschte. Ja. Oh. Dann ist es weg. Ähm... Alter, die Dinger sehen so aus, ein bisschen wie Kinder aus Afrika. Klappe zu. Und Augen auf. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Hast du gerade gesehen, was sie sich eingesammelt haben? Äh. Geil. Äh! Leichen? Das sind Figuren. Das ist das Wachs-Vegor-Kabinett vom Rainer. Alter, was... Der hat sich selbst ausgestellt. Was zur Hölle? Aber was ist das? Wieso sind die hier? Komisch. Hier ist wieder viel... Oh, shit! Ja, ich sage ja, das sind die afrikanischen Kinder. Guck dir die doch an. Die sind ein bisschen zu groß für Kinder, meinst du nicht? Ah, nein, sind es afrikanische Erwachsene. Oh, ich habe... Achso, das ist ein Star-Single. Alles klar! Digga. Du hast hier entschweigen Gewür sein. Da war ich ja auch noch nicht. Hä? Was sind das für Misswurten? Möchtige Bambi-Beine. Deswegen ja. Dix Krüppel, Alter. Deren Beine sehen aus wie dein Penis. Was? Ja, hygienisch sauber, die Badewanne. Das ist ein Waschbecken. Oh. Oh. Du weißt doch, der Rainer geht gerne baden, aber die Badewanne passen nicht zum Rainer. Alter, was für ein Video hat er das nochmal gesagt? Scheiße. Guck dir mal diesen Mülleimer bitte an. Ähm. Hallo? Der ist umgekippt, der Müll ist... Die können die Tür aufmachen. Egal. Also. Okay, ja. Der Müll ist da einfach genauso hart und genauso sortiert wie so ein Stück Beton. Okay, weiter. Ja. Den müsste doch auslaufen, der Müll. Vielleicht ist er ja erfroren. Der Müll. Ja. Ja. Gut, ähm. Der Crazy Russian Hacker war am Werk. Liquid Nitrogen. Crazy Russian Hacker ist doch schon alt. Das ist doch jetzt die Sleeve-G-Show. Guckt jetzt immer noch gerne. Sympathisch. Vor allem, weil er genauso gut Englisch kann, wie Rainer. Ja. Das sind alle ins War. Ja. Packt nicht ab! Ich hab kein Essen! Ja, 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 ja. Nur weil man nicht aus Afrika kommt, denken die direkt, man hat Essen oder was. Ja, ja. Oh, ne Abgeordnete Platine. Oh, plus zwei Schaden. Oh, oh! Minus ein Clip. Minus ein Clip ist schon hart. Nicht so schlimm. Ja, wie im Penis. Ja. Ja. Ich nehm die andere Waffe. Ähm. Ähm. Was ist das für ein ekelhafter Raum? Oh, ein Scarf-Artefakt. Oh, geil. Äh. Hier kommt es mir eher wie vorlaut gerade vor. Ja, stimmt. Schon ein bisschen. Oh. Erstmal umgucken. Oh, da unten ist ein Rätsel. Bahnrad-Rätsel. Glaubst du, die blauen Zahnräder kommen auf das rote Feld? Oder die roten auf das blaue? Die roten auf das blaue. Okay. Jetzt geh runter! Ach so, das ist das Rätsel wieder. Ich verstehe. Da unten noch. Warte, lass mich mal gerade kurz nachdenken. Ich verstehe. Nein, der Stock muss oben rechts. Ach so, ist schon richtig gewesen. Links. Jetzt musst du aufgehen, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für eine Station? Pumpen-Station. Was kommt jetzt? Da sind auf jeden Fall Stacheln dran. Ah, warte. Oh mein Gott. Ich bin schaden. Ich mach nochmal Stase. Oh, okay. Oh, hier ist sogar Stase-Station. Also hab ich sogar richtig gemacht. Noch weiter nach hinten. Es hat mich sogar auch erwischt. Reniviere deinen Spieler. Ja. Okay, dann lass nicht vorher nach rechts gehen. Wir wechseln uns ab mit der Stase einfach. Ja. Wir haben noch Zerreiter eigentlich, oder nicht? Oh nee, es kommt schon zurück, hä? Warte, geh nochmal zurück. Oh. Okay. Ich schieß. Und jetzt? Was soll ich hier? Also, ich bin durch. Ach so. Ach so, nein. Geh weg. Ja, keine Sorge, mein Freund. Alles ruhig. Bei dir weiß man nie. Wenn ich irgendwas mache, dann ist das immer safe. Ja. Hat mir eben gerade gesehen. Ja, das war, weil du mich reingedrückt hast. Ja. Ah, genau. Hier steht Jenny. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Dass die Jenny da drin wohnt. Ist das die neue Busche von Drache oder was? Die Mulle. Oh, und jetzt. Oh, und jetzt. Das hört sich nicht gut an. Ja. Alter, wir haben kein Essen. Der Kompressor ist nicht so geil auf dem Granatenwerfer. Nicht? Nee, das, obwohl, ich weiß halt nicht, das macht so komische Minen. Aber du musst ja halt schon vorher wissen, von wo die Gegner kommen. Ja. Ich schieße halt immer nur mit dem Kompressor. Oh. So, dann kläde ich mal hoch. Das haben wir doch gut gelöst, oder? Jo.